Hallo, Leute! Wie geht es euch? Heute bin ich sehr aufgeregt, euch eine detaillierte Bewertung eines Tours vorzustellen, das verspricht, die Art und Weise, wie wir mit Verkaufstrichtern umgehen, zu revolutionieren. Ich spreche vom Funnel Cockpit. Lohnt es sich wirklich? Lass es uns gemeinsam herausfinden. Bevor wir in die Details eintauchen, möchte ich klarstellen, dass ich Funnel Cockpit seit einiger Zeit benutze und sehr gespannt bin, meine Erfahrungen mit euch zu teilen. Zuerst hat mich die intuitive und benutzerfreundliche Benutzeroberfläche beeindruckt. Selbst für Nicht-Experten im Bereich Verkaufstrichter erleichtert Funnel Cockpit die Erstellung und Verwaltung erheblich. Nun wollen wir über die Vorteile sprechen, die mich überzeugt haben. Erstens ist die Automatisierung erstaunlich. Mit Funnel Cockpit können Sie den gesamten Prozess von der Lead-Generierung bis zum Verkaufsabschluss automatisieren. Das spart Zeit und steigert die Effizienz erheblich. Ein weiterer Pluspunkt ist die Datenanalyse. Mit Funnel Cockpit erhalten Sie detaillierte Einblicke in die Leistung Ihres Trichters. Dies hilft bei fundierteren Entscheidungen und ständiger Optimierung, um die Ergebnisse zu maximieren. Außerdem gestaltet sich die Integration mit anderen Tools äußerst einfach. Wenn Sie bereits andere Plattformen nutzen, integriert sich Funnel Cockpit nahtlos und bietet ein integriertes und reibungsloses Erlebnis. Jetzt zeige ich euch, wie einfach es ist, mit Funnel Cockpit zu beginnen. Zuerst erstellt ihr ein Konto und meldet euch an. Dann folgt ihr einfach dem Konfigurationsassistenten, der euch durch die Erstellung eures ersten Trichters führt. Die Benutzeroberfläche ist so benutzerfreundlich, dass ihr in kürzester Zeit wie ein Profitrichter erstellen werdet. Bevor ich den Link zur offiziellen Funnel Cockpit Website hinterlasse, möchte ich darauf hinweisen, wie wichtig es ist, auf gefälschte Websites zu achten. Leider besteht in einem so wettbewerbsintensiven Softwaremarkt immer die Möglichkeit, auf nicht autorisierte Versionen zu stoßen. Um die Sicherheit zu gewährleisten und alle Funktionen nutzen zu können, empfehle ich nur die offizielle Website zu besuchen. Nun, Leute, das war meine Bewertung von Funnel Cockpit. Meiner Meinung nach lohnt es sich sehr, besonders wenn ihr im Bereich digitales Marketing und Verkaufstrichter tätig seid. Wenn ihr interessiert seid, ist der Link zur offiziellen Website in der Beschreibung unten. Ach ja, und vergesst nicht, euren Daumen hoch zu geben, wenn euch dieses Video geholfen hat. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und wir sehen uns im nächsten Video. Bis bald!